Hey Freunde, willkommen zurück zu Dark Case. Heilige Scheiße, ich werde verfolgt von Sonnen... Okay, einmal ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss einmal kurz die Lautstärke wieder regulieren. So, alles klar. Jetzt, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Im letzten Part ist dieser Typ aufgetaucht. Ich habe keine Ahnung woher, aber der ist in einem Sicherheitsraum aufgetaucht. Ich darf da speichern, da darf man noch nicht sterben. Muss es mich töten? Ich glaube nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Yes, wir haben es, wir haben es. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendetwas machen. Pass auf, warte, 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 warte. Ähm. Äh. Ich will es irgendwie aus der Map backen. Nehme ich auf? Ich nehme auf, ja. Okay, ähm. Kann ich auf dich... Was passiert, wenn ich hier so... Okay, verstehe, 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 verstehe. Und bedeck dich mal da, was ist das? Mann. Das sind die Monster aus Penumbra, hä? Oh, scheiße. Wohin wollen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr. Der Blue Keycard. Schauen wir mal, wo uns das Schicksal bringt. Der schnell! Ich war im Raum. Scheiße, der hat mich in den Raum geschlagen. Proceed with caution. Ja, leg mich fit. Wir müssen uns schla... Das war ein Trick. Das war ein Trick von mir. Ähm. Das ist kein Ding, weißt du? Das ist so... Ähm. Das kann man halt nach einer Weile, wenn man ständig Amnesia spielt, davon träumt. Das aus dem Augenwinkel sieht. Obwohl da kein Amnesia ist. Missing. Ne, Meeting. Er kann nur ein Ding. End of Meeting. Alles klar. Lest euch durch, wenn ihr es sehen wollt. Drückt auf Pause. Sehr gut. Und, äh. Ihr habt es auch gesehen, oder? Gott, was ist drin in dem Zeug? Oh man. Nackte Typen, die mich verfolgen. Komische Sachen. Speichern. So. Yay. Auf mich wegzustoßen. Okay. Alles abchecken. The last meeting was just the day ago. Okay. Ein Tag hat es gedauert, bis hier irgendwie die Hölle herrschte. Herrschte. R2-D2, was gibt's? Ich weiß nicht, aber du solltest aufpassen. Hinter dir, hinter dir. Was? Achso, da hinten ist eine Kiste. Ach, wieder eine Bonus-Chest. Was ist eine Bonus-Chest? Weißt du, wo die Schlüssel sind? Nein, ich weiß es leider nicht, aber ich glaube, du bist ziemlich dumm. Okay, 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 R2-D2. Okay, dann halt nicht. Dein Adel ist fett. Das habe ich auch gehört. Das habe ich auch gehört. Ach nö, sag mal nicht, ich soll da wieder raus. Ich will da nicht hin. Ich will nicht wissen, dass du zufrieden bist. Ja, aber... Komm schon, irgendetwas muss es doch hier geben. Irgendein Schlüssel oder sonst irgendetwas, was ich benutzen kann. Wie zum Beispiel diesen Stift. Wir können es da stechen. Oh, nein, 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 nein. Ich muss es irgendwie anders rausholen. Komm, schau, das kriegen wir... Ja, so. So. Huh. Jetzt wurde ihn so. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Du vollidiot. Das ist nicht beabsichtigt vom Spiel. Du wirst gleich im Jenseits landen. Ist ja krass. Huh. Bonus Key. Uh. Yes. Das ist ein voller Erfolg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte schon, das ist ein Bug. Aber dann habe ich gedacht, ja, hier ist bestimmt ein Bonus. Und was haben wir hier? Ach so. Okay. Ja, nichts Besonderes. Ich dachte vielleicht... Bilder von... Kerlen. Ja, sorry, das war Olli. Oh Gott, die neuen Zuschauer. Was denken die? Ich meine, Persönlichkeit ist ein bisschen gespalten. Das ist aber okay. Sagen meine Ärzte. Agent Olli wohnen noch in mir. Ja, ich versuche sie meistens zu bündeln und gegen mich einzusehen. Was? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier rein. Oder sind wir von hier gekommen? Das weiß niemand. Das weiß niemand. Ich glaube, das weiß jeder außer ich. Aber gut. Ah. Ah, so. Weiter geht's. Alles klar. Diese peinliche Stille. Mein Gott. Erzählt doch mal was. Man muss sich was erzählen. Hier ist ein Handschellen. Das ist ein Verhörzimmer anscheinend. Das geht nicht auf. Ich will es auch gar nicht aufbringen. Ist mir scheißegal. Ein Bonusschlüssel war bestimmt in diesen ganz vielen Schränken. Aber bestimmt in Bonusschlüssel. Hiervon kann ich nichts aufheben oder benutze... Finger sind... Heilige Mama. Das ist ein Folterraum, verdammt. Wird's firmly locked? Ja, dann schlag es einfach auf. Wie sonst was. Gibt es hier tatsächlich... Ne, es gibt hier tatsächlich nichts. Und das ist wirklich scheiße. Hm. Diese ganzen Räume, in denen nichts ist? Außer komische Geräusche. Oh, tut's weh? Wer will so etwas tun? Ja, ich vielleicht. Komm, geh auf. Weg. Mach auf. Mach auf. Danke. Ja, dann wieder zurück. Ich hab mich jetzt schon verlaufen. Ich brauch eine Karte oder sowas. Los, schau mal hier. Kitchen. Oh, okay. Moment, waren wir hier? Kitchen. Ah, das ist gut. Hm. Ich hatte zwar gerade eine Pizza, aber... Eine Reine passt immer, sag ich einmal. So. Erstmal das hier weghauen, weil... Das mag ich nicht so sehr. Okay, alles klar. Hm-hm. Ja, weg damit. Hm-hm. Okay. Alles klar. Gut. Alles ist noch in Ordnung. Was ist das hier? Mein Name ist Nicholas Anderson, und ich arbeite hier als Lappassistin für... Ey, Agnes. Agnes, was für ein Name. If I only could sneak into Agnes' Office and steal her key. Okay, das ist das Wichtigste. Seems like Nicholas doesn't like what's going on around her either. Was hast du dir notiert? Nein, 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 nein. Ähm. Agnes. Okay, über Agnes rausfinden, und dann sollen wir ins Agnes-Büro. Agnes. Ähm, 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 äh, alles klar, alles klar, alles klar. Der Locker muss sich verbrochen. Ein Tool muss sich in. Wie geht das? Wie geht das? Ach, komm, ganz ehrlich. Ach, das kann man doch damit machen. Da muss ich mich durchbacken, oder was jetzt hier? Na, durchbacken? Hier, durchbacken. Na, okay, ich hab keine Ahnung, was ich tue. Aber meistens passiert ja irgendetwas, wenn ich keine Ahnung hab, was ich tue. Gut. Agnes' Büro. Wo ist das Büro von Agnes? Ich weiß auch gar nicht, wie groß das da noch ist. Und wo ist das Ding? Eine verdammte Sackgasse. Eine verdammte Sackgasse. Kein Bonus-Schlüssel? Kein Bonus-Schlüssel. Da ist er. Hier. Okay, da ist ein Notfall, denkt Bombs. Moment mal, irgendwo waren wir doch noch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da durch? Nein. Der geht im Kreis, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einmal speichern. Hier drin waren wir doch, oder? Doch, doch, hier drin waren wir. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Soll ich mal nachlesen, damit wir weiterkommen? Damit auch ein paar hat mal was passiert. Wobei zu Beginn ja was passiert ist. Ja genau, hier waren wir auch. So, pass auf, pass auf. Wo ist das Notizding, Bombsie? Ähm, wir haben Notizding und benutzen die Handel. Find das Krupp, wo ich mein find. Go to the dressing room and enter the room on the back of the room. But the look of people and look out until you find the lighter. Very important. Ja, I have lighter. You need the lighter to get back on the basement. The lighter you need is to get further away in the server system. Okay, da waren wir auch. Äh, hä, hatten wir auch. Äh, hä. Go to the warehouse and get the crowbar. No one of the shell. Okay. Go to the warehouse. Wir sollen ins warehouse. Da gibt es anscheinend... Ist das das... Nein, hier ist das gruselige Monster. Wo ist das warehouse? Okay, okay. Die Lagerhalle. Where is the warehouse? Observation room. Lab Center. Warehouse. Yes. Okay, alles klar. Da rein. Okay, kein Problem. Ja, ich glaub, an dem bin ich vorbeigelaufen, oder? Ja. Von Panik. Alles klar. Hier finden wir jetzt die Crowbar und dann sollen wir in die Kitchen... Ach, scheiße. Ich hab meine Finger verloren. Das wird jetzt ein wenig schwer. Erst mal schön speichern hier. Okay. Ich find's ganz schön gruselig hier. Und das ist echt ne geile Atmosphäre. Gefällt mir. So ein bisschen Resident Evil Feeling kommt auf. Das mag ich sehr. Kann ich das aufheben? Oh, nein, nein, nein. Ah, doch nicht so gut. Nein! Es war ziemlich obvious, nicht wahr? Du spielst doch selber. Klugscheißer. Pretty obvious. Oh, Mann. Scheiße. Jetzt krieg ich einen Bonus. Bonus nicht. Aufgenommen, Brechstange. Alles klar. Und Klopapier. Klopapier und ne Schreibmaschine. Das ist auch das, was ich immer mitnehme, wenn ich in den Urlaub fahre. Ist doch bestimmt... Noch eine? Nein. Ja, alles gleich hin. Dann hauen wir mal ab. So ein Scheiß. Geht nicht. Geht nicht. Aha. Aha. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Naja, egal. Unwichtig, glaub ich. Aber wahrscheinlich auch nicht, hä? Wahrscheinlich krieg ich dann wieder so einen Bonus-Schlüssel oder sowas. Bonus-Schlüssel auf Doom. Und Hölle. Ne. Ne, 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 ne. Wir müssen jetzt einfach nur wieder zurück in Kitchen, ne? Genau. Zurück in Kitchen und dann... Hier ist was Radioaktives rausgelaufen und ich sollte vielleicht nicht da rum herumlaufen. So, die Küche war irgendwie... Äh, wo war die Küche nochmal? Lab Center. Da waren wir dann anscheinend auch noch nicht, oder? Wir sind ja hier vorbeigelaufen. Geflüchtet sind wir von diesen Mist-Wie. Genau. Aber hier fehlt auch was. Alles klar. Gut. Hat sich das auch erledigt. Dann gehen wir jetzt in die Küche und... In der Küche gab es ja genau diese Tür, die nicht so stabil war. Office. Oh, der kommt von hier links, oder? Der kommt auch von hier links, oder? Oh, Mann. Meeting Room. Nein. Oh, nein. Oh. Speichern. Ja, ich will in die Küche. Hier bin ich. Guck mal, hier. Guck mal, hier bin ich. Der ist so schnell. Ganz leise, ganz leise. Ganz leise. Yes, wir haben es geschaffen. Alles klar. Erstmal heilen. So, mit der Crowbar öffnen wir jetzt diese Tür. Genau, alles passt. Nichts, 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 nichts. Nichts. Immer noch nichts. In irgendeiner Flasche ist bestimmten Schlüssel versteckt. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, du Idiot. Von da kamen wir, genau. Das heißt, ich drehe mich gerade ziemlich schnell. Ich könnte mich selber kotzen. So, da rein. Nein. Moment, dann... Hier muss es doch irgendetwas geben. Was habe ich gefunden in diesem Raum? Nichts. Oben vielleicht an der Decke? Nein. Ach, schade. Hä? Hä? Was soll es in dieser Küche jetzt geben? Es ist firmly locked. Moment mal. Etwas übersehe ich. Etwas übersehe ich hier. Gut. Ich habe es aufgebrochen, um da nichts zu erreichen, oder was? Moment mal. Moment mal. Hm. 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 Kitchen. Go inside and use the crop on the nearby door. So, once inside, open the cabinets and get the glass jar. Glass jar? Moment, haben wir das hier gefunden? Oh man, ich werde alt. Komm schon, Leute, mit 21, da ist schon das Leben vorbei. Da hast du gar keine Ahnung mehr, wer du bist. Ich bin froh, dass ich weiß, wie alt ich bin. 21 war's, oder? Oh, jetzt wieder zurück ins Warehouse. Jetzt... Nein! Das ist falsch. Ja. So, okay, dann hätten wir jetzt diese eine Sache, aber... Wofür können wir das denn benutzen? Genau. Genau. Und das war jetzt ein bisschen peinlich, das war jetzt echt ein bisschen peinlich. Gibt es vielleicht einen Schlüssel? Diese Schlüssel werden mich noch eines Tages umbringen. Okay. Heilen wir uns mal. Und unsere Psyche werden wir auch mal ein bisschen genesen. Gab es hier in diesem Raum etwas, was wir aufschmelzen können? Wie zum Beispiel das hier. Nein, da war ja Schreibmaschinen und Klopapier drin. Genau, genau. Was ist los heute? Oh man. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay. Dann müssen wir jetzt... Vielleicht ins Lab-Center? Ne, 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 ne. Da war ja die verschlossene Tür. Observation Room. Ich glaube, irgendetwas im Observation Room. Ah, mir fällt nix ein. Mir fällt nix ein. Sind wir hier richtig? Ja, wenn, dann ganz hinten irgendwo. Ach, vielleicht wollen wir das hier wegätzen. Ah, ne. Ich glaube nicht. Ich schau mal ganz kurz nach. Nur ein kleiner Tipp. Nur ein kleiner Tipp. Aber kommt schon. Guck ich zu oft nach? Hasst ihr mich jetzt? Aha. Ah, genau ins Office. Oh man, ich hab... Irgendwie ist gerade... Mein Gehirn ist einfach so... Wo war das Office jetzt nochmal? Ähm, ich glaube auf der... Im nächsten Bad werde ich wieder voll drin sein und wieder... Das ist einfach nur, ich muss so viel machen. So viel Videos drehen. Nicht mal Let's Play, sondern wirklich Videos. Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist das das Office? Egal, wir sind trotzdem drin. Wir sind trotzdem drin. Wir sind trotzdem drin. Ist das das Einzige, was zählt? Alles klar. Wir sind tot drin. Proceed with caution. Nein! Ich möchte wissen, wie es weitergeht. So. Waren wir hier drin? Oh Gott, an diesen Raum kann ich mich gar nicht erinnern. Nee, hier waren wir nicht, oder? Nein, 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 jetzt... Also, so durchgedreht bin ich jetzt nicht, oder? Elizabeth? Aus... Bayer Schock, genau so heißt das Spiel. What a mess, I wonder what happened here. Keine Ahnung, aber die haben anscheinend ziemlich schlechtes Essen gegessen. Ziemlich schlechtes Essen. Der Wind, der Wind versucht uns wieder Angst zu machen. I made it, Agnes was busy dealing with some sort of emergency, bla 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 bla, lies durchdurch. So, what do we need a prison for? I better put back the key before she finds out it's gone. Achso, ja, hier hat er den Schlüssel wieder zurückgepackt. Alles klar, den finden wir. Und irgendwo hier drin ist bestimmt auch wieder ein Schlüssel. So, nein, 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 nein. Hier drin, da, da ist Agnes, hey. Kann ich das hier anzünden? Das wär cool. Nein, das ist voll kacke. Recently, achso, vor kurzem ist benutzt. Aha. Das sind so, das erinnert mich an... It's amazing how fast people can change. She used to help people, but suddenly the evil part of her took over. It's still unknown why. Aha. Ich verstehe. Die reden über das Mädchen, oder? Das Mädchen ist... Voll verr... Das Mädchen ist liebevoll. Ich wollte sagen, liebevoll. Krass, der Schocker war heftig. Der ging mir bis runter in die Beine, ey. Ihr wisst schon, wie ich diesen Part nennen werde. Mega Schocker of Doom and Heavy. Oh nein. Oh nein. Soll ich jetzt alle durchsuchen? Da. Da, 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 da liegt was. Aber noch ein dreckiges Stück Papier. Ah, nein, nicht umfallen. Ich hab doch jetzt einen Schlüssel. Was ist das denn? Oh nein, da müssen wir in den... Ähm... In den Verhörsaal da hinten. Aha. Hier, lest euch durch. Drückt Pause. Jo, nochmal. Gut, das ist sehr schön. Agnes, it sounds insane. This is not this only a few hours old. Nicolas may still be alive in that prison. In that prison. Ja, okay. Aber Nicolas war doch dieser Typ, der da tot herum wandert, oder nicht? So, okay. Und was sollen wir jetzt hier auf... Dingsen? Ich hab doch... Ja, ja, nein. Ah, ja. Es ist wirklich toll. Deswegen wollte ich es jetzt noch zweimal angucken. Speichern. Und einmal heilen. Haben wir nicht. Scheiße. Was soll ich denn jetzt hier auf... Dingsen? Hä? Hä? Wahrscheinlich hab ich's einfach nur verlesen. Egal, wir haben jetzt einen Schlüssel zu den Zellenblöcken. Wo waren die nochmal? Ich glaub, das war der allererste Raum, wo wir reingegangen sind, oder? Der müsste dann eigentlich hier ums Eck sein. Lab-Center. Warehouse. Ich glaub, das war richtig, oder? Müsste sein. Müsste sein. Müsste sein. Ja, genau, 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 genau. Die gehen alle auf. Control Room. Alles klar. Gut. Aber wir werden gleich wahrscheinlich aus Versehen... Alle Zellenblöcke öffnen. Boah, ich dachte schon, das wär die Tür, wo... Wo das scheiß Monster drin ist. Oh, Mann. Mhm. 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 Das sind doch die Zellenblöcke, oder? Das heißt, hier muss das irgendwo sein. Ja, wahrscheinlich wird die Tür da hinten, oder? Stein! Ah, zu nah! Scheiße! Na gut, Freunde, ich würd' sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Schnitt. Und machen dann im nächsten Part weiter von... Wie heißt das Spiel, verdammt? Genau! Amnesia the Dark Case. Of Doom and Heavy. Und... ja. Ich freu' mich, wenn ihr reinschaltet. Und... Auch ausschaltet. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Holly.